Was ist die Haare auf den Zähnen? Und dem Rumspielen mit dem Arnold-Renderer, der einfach ein wunderschönes Licht macht mit sehr wenig Aufwand. Da habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal eine Illustration, eine Visualisierung von Haaren auf den Zähnen. Und das hier sind sie. Das ganze Bild hat einen Alpha-Kanal. Es ist in Tiff als Tiff gerendert. Es hat einen Alpha-Kanal. Dieses Weiß hier hinten ist quasi kein Weiß, sondern ist gar nichts. Wenn man das in einen Foto-Editor hineinlädt, wie zum Beispiel Photoshop, stehen hier hinten die großen Buchstaben Arnolds. Ganz witzig, in Schwarz, also Schwarz auf Weiß, nee, Weiß auf Schwarz steht da Arnold da. Das bedeutet einfach, das ist ein Alpha-Kanal, den ich mit etwas beliebigem anderen füttern kann. Habe ich dann letzten Endes auch gemacht. Aber das ist das Bild, was Arnold rausgerechnet hat, und zwar mit 4000 Pixeln Breite. Das heißt, es hat eine wunderschön hohe Auflösung. Und ihr seht hier die Schatten, die diese Haare werfen. Auf die Nähe sieht man natürlich sind keine Haare, aber man wird es ja in der Regel so betrachten. Die Haare wachsen nur auf dem Oberkiefer, aber sie werfen durchaus auch den Schatten natürlich auf das Zahnfleisch und auf die Zähne. So, ich zeige euch jetzt die Szene, in der das entstanden ist. Und ihr seht hier, da wachsen kaum Haare. Ich habe die gerade neu reingeladen. Liegt daran, dass XGen sich gerade mal wieder besinnen muss, was es da eigentlich mir zeigen soll. Dazu geht ihr hier auf den XGen-Reiter und klickt das linke Icon an. Oder eigentlich gleich das nächste, das muss der jetzt eigentlich nicht anklicken. Wir brauchen dieses Auge hier. Das rendert die ganzen Geschichten nochmal so für unseren Preview auch hier. Ihr seht, es ist viel kräftiger des rotes Zahnfleisches als im gerenderten Bild. Das liegt einfach daran, dass ich die Lichter so gesetzt habe, wie es mir der Viewport gerade nicht zeigt. Ich möchte aber hier mal durchaus mir die Lichter angucken. Also wie die Schatten zum Beispiel geworfen werden. Und das finde ich ja bekanntlich hier. Das ist ohne Schatten und das ist mit Schatten. Also das ist der Preview, hat nichts mit dem fertig gerenderten Bild zu tun. Woher habe ich die Zähne und das Gebiss irgendwoher aus dem Internet? Ich weiß nicht mehr woher. Ich habe gesucht nach 3D-Objekt Teeth und dann .obj, also Object. Das ist ein gängiges Datenformat für 3D-Geometrie. Und da fand ich, das hier war Creative Commons oder Shareware. Ich weiß es nicht. Das kostete jedenfalls nichts. Und wenn man das höher auflösend mit mehr Details haben wollte, dann müsste man halt auch so einen kleinen Betrag zahlen an den Modellierer, der das ganz toll gemacht hat, muss ich wirklich sagen. Denn schauen wir mal hier. Ja, mache ich gleich noch als Überraschung. Schauen wir noch nicht. Ich wollte euch nur sagen, wo stellt ihr ein, die Render-Settings, sodass so ein großes Bild rausgerechnet wird. Wenn wir das ja mit Arnold rendern hier, dann macht Arnold ein Bild dieser Größe hier. Und das ist auch wirklich nicht größer. Das heißt, das kann man in einem Druckzusammenhang, also als Print, schlecht gebrauchen. Die Auflösung ist einfach zu schlecht. Ich schließe es mal wieder. Und deswegen bin ich vor dem Rendern zu den Rendereinstellungen gegangen. Display Render Settings. Und habe hier bei Arnold Renderer, habe hier in Arnold Renderer natürlich eingeschaltet. War, glaube ich, eh schon eingeschaltet. Und jetzt gehe ich hier runter. Hier kann ich der Datei, wie sie gerendert wird, einen Namen geben. Ist nicht schlecht, um sie wiederzufinden. Hier sage ich, die Perspektivkamera soll gerendert werden. Das ist genau die, die ich auch hier habe. Ihr seht hier unten Perspektiv. Das ist also die Kamera. Ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man sich dreht und die Szene neu anguckt. Dann könnte man auch eine neue Kamera einführen. Und die würde man freezen. Und die würde man sozusagen an festen Positionen festsetzen, damit man immer wieder den gleichen Blickwinkel dann hat. Und dann würde man hier eben eine Kamera rendern. In diesem Pulldown-Menü gibt es im Moment keine. Hier unten steht die Breite, die wir gerade gesehen haben. 960 Pixel mal 540. Mir gefällt das. Ich habe mich jetzt gewöhnt, sozusagen im Viewport, an genau diese Größe. Und genau die möchte ich dieses Größenverhältnis rausrechnen. Nur eben in viel höherer Auflösung. Und dazu klicke ich auf Maintain Width and Height Ratio. Das heißt, ich will das Verhältnis zwischen der Höhe und der Breite beibehalten, aber jetzt eben die Daten dafür hochschrauben. Und ich tippe statt dem 960 mal 4000 ein. Drücke Enter. Und damit ist das Bild 2251 Pixel groß. Und damit sind diese Einstellungen okay. Ich kann hier in den Render-Settings noch was zusetzen. Ich weiß nicht, ob ich das hier von 2 auf 3 gesetzt habe. Keine Ahnung. Das Rendern selber dauerte dann, würde ich mal sagen, so vielleicht 10 Minuten. Und dahin kommt ihr, indem ihr zum Rendern geht. Also es gibt sicher noch einen anderen Weg dahin. Aber ich gehe hier zu Rendering. Und dann habe ich im Render-Fenster Batch Render. Und wenn ihr Batch Render macht, dann rendert ihr genau das, was ihr gerade in diesen Einstellungen vorgenommen habt. Und alles, was ihr seht, wenn ihr das anschmeißt, diesen Render-Vorgang, ist, dass hier unten in der Statusleiste bei Mail steht, ich rendere es gerade. Ich rendere es gerade in, ich bin jetzt gerade bei 2%, bei 3% und so weiter. Und ihr findet das dann in den Images von eurem Projekt. Projekte sollte man organisieren. Wenn man jetzt so ein Zahnhaare-Projekt hat, dann sollte man einfach ein neues Projekt eröffnen und das meinetwegen Haare auf den Zähnen nennen. Und dann würde sich in diesem neuen Projekt, was ihr erzeugt habt, würde ihr die Szene natürlich bei den Scenes abspeichern. Das ist automatisch dann in diesem Ordner drin. Und bei Images sind die gerenderten Bilder dann zu finden. Ja, okay, ich habe ja versprochen, wir gucken uns das Gebiss nochmal von anderer Seite aus an. Und da tut sich dieses Wunderschöne, ich finde es herrlich, kann man natürlich, könnte man jetzt auch ändern, wäre sicher sehr ansprechend, aber würde keinen Sinn machen. Er hätte jetzt nicht dieses, wo man sofort sagt, ach so, Haare auf den Zähnen. Übrigens, die Zähne unten haben keine Haare, wenn ich die mal nach unten bewege hier, die sind haarlos und hier meldet sich dann noch die Zunge. Ich habe auf das Zahnfleisch selber einen Fong-I Shader gelegt, der so ein bisschen glänzt, aber nicht allzu sehr glänzt. Das ist sozusagen so ein typisches kaltes 3D-Visualisierungsglänzen und habe ihm einen Farbverlauf gegeben. Das ist der Grund, warum der Unterkiefer ein anderes Rot hat als der Oberkiefer. Letzten Endes ist es ein Verlauf, der so über beide hinweg geht und die Zähne habe ich, glaube ich, auch ein bisschen aufgehellt. Und jedenfalls mit viel Liebe modelliert hier, muss man schon sagen, die Zähne, wenn man das noch mit den Milchzähnen macht, sieht das ja ein Gebiss wirklich chaotisch aus, was sich da im Knochen tut. Aber das hier ist ein Erwachsenengebiss, voll intakt, das ist also kein Implantat am Werk. Ja, dann wünsche ich euch noch gutes Gelingen mit oder ohne Haaren auf den Zähnen.